Freunde, bei mir ist die Anna, die liebe, kleine, süße Anna. Du sitzt hier an der Kasse, hier beim Benefizkonzert. Für wen sammelt ihr heute? Für die Regenbogenkilder Hilfe. Ja, hast du das hier ein bisschen mitorganisiert oder tust du hier noch helfen? Ich helfe hier, ja. Nur helfe. Das ist aber ganz lieb von dir. Ganz sozial, ohne... Ohne Geld. Ja. Aber was du trinken kriegst du schon? Schon. Du bist aber kein dosiderer Mädel. Nee, leider nicht. Woher? Aus Rotalpe. Hab ich's doch gewusst. Rotalpe City. Yeah, Rotalpe Rocks. Ja, und dann sehen wir dich am Stadtfest. Auf jeden Fall. Und hast du auch so einen Lieblingsstand, wo du jetzt bist? Lieblingsstand in Roten? Ja, am Stadtfest in Rotalpe. So, der Bierstand. Überall. 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 Na, dann sind wir mal gespannt. Ja, ich bin auch mal gespannt. Okay, dann warst du im Urlaub? Ja. Wo warst du? In Teneriffa. War da was los oder warst du schön warm? Es war schön warm und die Insel ist schön. Ja, aber der Recht. Bisschen langweilig. Nächstes Jahr Mallorca oder Ibiza? Ibiza. Ibiza. War ja auch schon geil. Ja, das Wetter ist ja auch wie im Sommer hier. Zwanzig Grad im Schatten. Ja, sauber. Ja, sogar Schell schon. Okay, jetzt noch wie immer deine Grüße, wenn möchtest du grüßen. Ich grüße all die, die ich kenne. Und meine beste Freundin. Wer ist das? Die Denise. Die Denise. Und das ist der Max. Der Max? Oh yeah. Und das ist der Matthias. Oh yeah. Aber eigentlich Moritz. Okay, dann noch viel Spaß und Party an. So. So. So.